Stehen alle Zeichen auf Liebesreunion bei Julian Zietlow und Alina Schulte im Hof? Dafür könnte dieses emotionale und tränenreiche Video sprechen, welches Julian bei Instagram gepostet hat. Darin erklärt er leise. Bei diesen rührenden Worten scheint seine noch Ehefrau ihm direkt gegenüber zu stehen und auch seine jüngste Tochter ist dabei. Zudem ist ein Schluchzen von Alina zu erahnen. In der Caption schreibt der Influencer außerdem, Alina, danke, dass du mich nie aufgegeben hast, obwohl ich dir Unmenschliches angetan habe. In letzter Zeit ist die vierköpfige Familie wieder bei Social Media aktiv, zeigt sich zusammen und fröhlich. Zuvor war Julian abtrünnig geworden, als er sich in Thailand ausgelebt hat und auch eine neue Beziehung mit seiner Ex-Freundin Kate geführt hat. Während dieser Zeit landete er immer wieder mit Drogen und Kult-Skandalen in den Schlagzeilen. Wie es aussieht, ist Julian nun wieder endgültig zu seiner Frau Alina und den beiden Töchtern zurückgekehrt. Untertitelung des ZDF, 2020